Halleluja! So, ich denke mal, das wird mir zu Hause mal wieder ein kurzer Clip. Wie gesagt, ich weiß es nicht, meistens wird es dann doch länger. Ja, ihr habt gesagt oder mir mehrfach geschrieben, dass ihr es gut findet, dass ich auch Tipps mitbringe, statt nur anzubringen. Das ist so, dass es so beispielsweise mit der Partnerschaft, rosa-rote Brille, Situation crazy und Gewalt zu Hause, die zunimmt und so weiter. Oder auch eben die Geschichte mit den Persönlichkeitsstörungen, Narzissmus und und und. Ihr findet es halt gut, dass ich da auch Tipps mit anbringe und natürlich werde ich die auch weiterhin anbringen. Ihr könnt mir natürlich auch sehr gerne, heute habe ich es mit dem natürlich, ihr könnt mir selbstverständlich, da wäre es fast wieder gewesen, auch dazu schreiben, wo ihr euch Tipps und Infos wünscht. Ja, also nicht nur, dass ihr euch quasi dafür bedankt, dass es Tipps gibt und dass es hilfreicher ist, sondern wenn euch Tatsache irgendwas auf dem Herzen liegt und gerne eine Meinung dazu wollt oder eben Tipps. Wenn ich Tipps geben kann, gebe ich sie gern, das wisst ihr. Ich weiß natürlich auch nicht alles, das ist auch klar, keiner kann das. Also von daher teilt es mir einfach mit, fragt mich, stellt mir eure Fragen und dann gehe ich entsprechend auch gezielter darauf ein. Okay, das in diesem Sinne dazu. Hey, es ist doch recht kurz geworden. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Tag. Passt auf euch auf, habt einen tollen Tag Tag und dann hören, sehen und lesen wir uns wieder und wenn es euch gefällt, macht ein Like, macht ein Abo und bis dann, eure Schönsoi. Bye!